ich mache es heute mal für euch ganz simpel ohne nerviges aufreisen ohne zählen einfach nur bei den fates twilight masquerade und obsidian flames alle scarlet and violet von der bis jetzt eigentlich ziemlich längsten reihe geschichte was man so mitgekriegt hat sind einmal vier booster jeweils von jedem artwork 12 eröffnet und hier deponiert nur dass ihr da einmal ein intro von mir bekommt und jetzt gehen wir stumpf in den fates rein es ist auch alles nicht sortiert sind überall die code cards mit drin und wie gesagt es ist nichts nach vorne gemacht und los geht's bei den fates let's go bei den students oder leuchtet das meistens auch nichts besonderes artikus und von nespalu neubad siehst du so ist und der code trotzdem freue ich gerne bei den students wuppert dann der maus killian gengar technical machine crisis punch die denn und neue wahl necks basic und dann ist ja den code ohne viel gerät jetzt einfach ein bisschen öffnen của jinderheit und das jeux das was du für 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 vivre gesund oder wobei hier die das ist prk das war sch are j vers das war bei den fates mit zwei hits in vier boostern noch mal kurz als einmal zu zeigen es sind jeweils ein artwork was drin und wird jetzt gezogen wir gehen ins karten mega toll gemacht mega cool hier in dem video könnt ihr richtig codes looten jemand der das richtig richtig intensiv macht und der nächste code kommt schon einfach karten looten und letzte schoss wieder abliegen da ist noch was glaube ich glaube wir haben noch was obwohl auch zwei hitze läuft und jetzt kommt das auf das anwarten weil es einfach immer noch das obsidian vielleicht ist es einfach immer noch mega 4 booster let's go das ist einfach immer noch geliebt keine besondere karte aber die kommt ziemlich oft jetzt doch gettik sehr schön schon zwar jetzt kommt jetzt nur wir haben so alle schon wieder in den vier mussten raus und Oh, von Rion. Malamal. Letzte Chance, glaube ich, wieder. Ja, ja. Another Code von Obsidian Flames. Melton. Gumshoes. Pupita. Amigo. Smoleth. G-Tone. Oh, schade. Das waren auch zwei Hits. Läuft. Aber nochmal für euch die Hits. Zwölf Booster geöffnet, vier Paladin Fates, vier Twilight Masquerade und vier Obsidian Flames. Jeweils zwei Hits. Kann man nicht meckern. Also, ich wünsche euch was. Ciao.